die goldbörse es war einmal ein junger hahn der beim kratzen auf dem mist eine börse fand die voll schöner goldstücke war stolz auf seinen fund ging er mit seiner börse im schnabel davon als er an einem bauernhof vorüberkam und von der bäuerin angerufen wurde die ihn fragte was er denn da vortrüge eine goldbörse erwiderte er willst du sie gegen eine handvoll gelber körner eintauschen nein sagt der hahn ich will sie behalten zu dem korn gebe ich dir noch einen schönen fladen aus schwarzem korn nein nein sagt der hahn obwohl er ein großer feinschmecker war wie du willst ich hätte dir noch eine dicke scheibe warmes hausgebackenes brot dazugegeben das gerade aus dem ofen kommt da konnte der hahn nicht länger widerstehen und willigte ein die bäuerin gab ihm alles was sie versprochen hatte und bekam dafür die börse als der hahn in den hünderstahl zurückgekehrt war erzählte er seiner familie von dem reichlichen essen welches er dank dem gefundenen golde genossen hatte dumm kopf sagte sein vater zu ihm du hast ein vermögen für einige getreidekörner hergegeben eine ganz wäre weniger dumm gewesen als du geh du bist unwürdig ein hahn zu sein komm mir nicht wieder vor die augen ohne die geldbörse die du dummerweise eingetauscht hast der kleine hahn ging ganz beschämt fort um seine börse zurückzufordern und er weinte sehr weil er sich dachte dass man sie ihm nicht wiedergeben würde also so seines weges ging traf er einen wolf dem er einmal bei gelegenheit einen dienst erwiesen hatte er erzählte dem seine geschichte und bat ihn ihm zu helfen was muss ich denn machen fragte der wolf ja kriech in meinen bauch erwiderte der hahn deine idee hatte wie soll ich das machen doch verwandle dich in ein getreidekorn und ich verschlucke dich der wolf nahm die gestalt eines getreidekorns an welches der Hahn alsbald in seinen bauch beförderte etwas weiter begegnete ihm ein fuchs der als er vernahm dass der Hahn einen wolf im leib hatte ihn nicht nur nicht fraß sondern ihn sogar bat mitmachen zu dürfen darauf sollst nicht ankommen sagte der Hahn verwandle dich in ein hirsekorn der fuchs verwandelte sich in ein hirsekorn und der Hahn fraß es der vogel ging weiter und kam an einem fluss vorüber der ganz leise murmelte wohin gehst du meister Hahn wohin gehst du meister Hahn ich will eine geldbörse zurückfordern die mir eine bäurin aus der nachbarschaft weg genommen hat wenn du mit mir kommen willst gebe ich dir einen schönen gelben wieder was muss ich tun in meinen bauch kriechen und damit du das kannst dich in ein sandkorn verwandeln der fluss willigte ein und gesellte sich bald zu dem wolf und dem fuchs der so inzwischen beschwerter Hahn gelangte an die tür des bauernhofs stieg auf einen holzklotz und fing an aus leibeskräften zu krähen geht mir meine goldbörse wieder geht mir meine geldbörse wieder der bauer der ein ungeduldiges temperament hatte sagt zu seiner frau also dieser Hahn der ärgert mich kolossal sperr ihn in den stall und morgen ziehen wir ihn auf den bratspieß der Hahn ließ sich einsperren und dann als die nacht gekommen war und sämtliches vieh vor den heuraufen stand rief er gefatter wolf komm heraus aus meinem bauch und lass es dir gut schmecken der wolf stürzte sich auf die kühe die ochsen die ziegen die schafe und richte ein fürchterliches blutbad an nachdem er sich gründlich satt gegessen hatte machte er sich vorsichtigerweise aus dem staub am folgenden morgen als der bauer in seinen stall kam fand er kein einziges tier mehr am leben der bauer war verzweifelt und seine schreie und klagen weckten alle bewohner des bauernhofes seine frau kam als erste herbeigelaufen und gab dem Hahn schuld an dem ganzen unglück meinst du sagte man nun warte ein wenig ich werde ihn zu unseren alten hähnen in den hühnerstall sperren die werden es ihm schon geben und die nach strich und faden verdreschen kaum aber war der Hahn in dem hühnerstall da sagte er gefatter fuchs komm heraus aus meinem bauch und eile mir zu hilfe der fuchs kam heraus und schröpfte rupfte und fraß das ganze geflügel des bauern und dann machte er sich davon und lief dem wolf nach man stelle sich den zorn der bauers leute vor als sie sahen welch neues unglück sich ereignet hatte die börse voll gold reicht nicht aus um all diese verluste wieder gut zu machen sagt der bauer wieder und wieder wir müssen diesen verfluchten Hahn so schnell wie möglich den garaus machen antwortete die frau und ihn ohne länger zu zögern in den backofen stecken ja stecken wir ihn doch gleich rein rief der mann und warf flammende holzscheite in den backofen und wenn dir so zumute ist wie mir frau dann stecken wir ihn lebendig herein um ihn für all seine bösen streiche zu bestrafen die bäuerin die noch wütender war als ihr mann ergriff den vogel und warf ihn in den backofen fluss fluss rief der ganz schnell zu hilfe ich verbrenne von allen seiten kam der fluss geflossen er überschwemmte und überflutete nicht nur den backofen sondern den ganzen bauernhof und seine umgebung die bewohner retteten sich eilends und suchten das weite vor der immer weiter steigenden flut die drohte sie alle zu ertränken der Hahn der auf ein dach geflogen war lachte sich ins fäustchen über diese ganze verwirrung durch die offenstehenden Fenster drang er in das Bauernhaus ein durchwühlte alle schränke und fand schließlich seine berühmte börse er war außer sich vor freude und krähte aus lebeskräften ich hab sie meine gold börse und dann flog er zu dem hühnerstall seines vaters und seiner mutter zurück übergab denen den schatz und erzählte seine abenteuer die hühner auf dem mist bogen sich vor lachen als sie diese geschichte hörten sie